so weiter geht es heute mit dem bus simulator der nächsten mission auf schuss das rappen heißt sie verbinden der oakwood good island und kulte bus mit mindestens eine gute das machen wir müssen die tue auf kurde basch mit auf 2 und verbindet mit chucks roadside service hier ist gut naja das ist jetzt machen wir dann mit 1 so verbinde und gut eilen und kulte balsch also fangen wir mit gold island an so rote erstellen gold island oakwood jetzt müssen wir noch auch fahren jetzt bin ich doch hoch wieder oder was dann nehmen wir da wieder einmal zurück die autobahn und ja genau händerungen übernehmen so ich habe eine wanderroute verbessert zwei stück heute bräuchten waren müssen die mit zweitens mal kurz die brüche das ist jetzt zwei wie sieht man so für die haltestellen aus dort die göte wo ich jetzt nicht besonders groß das kriegen wir schon irgendwie hin dann machen wir noch eine rund reise quasi mit weniger gut erstellen ich denke ich darum sagt kann ich die nicht erstellen oder die kurzen die 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 dicks mission auch das haben wir erledigt zwei roten und verbessere ich hoffe jetzt ist auch der coyote wo ich auch zwei machen und dann haben wir die mission auch schon erledigt also die 30 fahrgäste das kriegen wir ohne probleme von nach gut hin und her das ist diese komische route runde rote so rote wählen das ist die rote 15 dort fahren wir die mit unserem ja so ich hoffe man hört mich immer noch warum warum ich jetzt irgendwie falsch herum sitze jetzt geht es weiter so läuft man einsteigen ja denn so jetzt ist nur ein bisschen die gute fahren hier weil wir müssen ja die sunshine retweet genau die 20 30 fahrgäste dann ausfordern und dann sind wir dann auch schon durch und halt die stufe 2 ja das ist klimaschulärm das ist euch nicht das schwerste jetzt haben wir noch mal in der letzten folge gemacht ich tue mir leid dass mich gerade gar nicht gehört haben wir am ende überhaupt nicht mehr gehört dass ich genauer kann wie ich mit meinem headset momentan das sind warum auch immer das kann ich aber leider noch nicht dazu ändern ich glaube dass es geht ich versuche eigentlich mal vor der aufnahme keine testaufnahme zu starten würde ich halt wenn man mich hört da hört man mich das ist also zwischendrin mit abgebrochen sein ich weiß auch nicht wieder dran ich arbeite bei semaggys industrie ja im viertel von der nali research keine sorte das machen wir schon noch die fahren wir auch ein paar mal noch weil die müssen wir ein paar mal fahren um halt wirklich hier jetzt haben wir kurz das gas raus ich fahr jetzt mit dem limit da weil der ist jetzt quasi einmal drin komplett um die 50 km zu beschreiten die wir als limit drin haben weil geblitzt werden habe ich keine lust drauf es gibt da eine tolle neue ausstellung wir haben einen planetarium seniorenticket einfache zwei eine fahrtarte bitte jo danke gerne 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 Nimm mal einen. Ich mag den jetzt gerade extrem gerne, diesen Gelenkpost. Ach so, wir haben ja noch einen schlafen. Aber dann machen wir mal das. Ich nimm den mal kurz. Ich weck den mal kurz eben. Und der. Guck, 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 guck. Wollen wir den nennen? Ah, da hinten. Oh, sieh dir das? Na klar. Ah, Entschuldigung. Ich hoffe, ich werde mich jetzt nicht hinsetzen, sondern ich wollte mich einsetzen. So, wir haben den Fahrgast geweckt, den wir ja wecken mussten. Da hat er eingepennt. Durch mal. Muss ich einfach mal. Wie ist mir auch schon passiert. Wie gesagt, ich bin ja selber Busfahrer. Und ja. Daher kann das durchaus mal vorkommen. Muss halt, ich will keine Kampel ausgebaut werden. Es ist viel zu heiß draußen. Es regnet wie sonst was. Äh, nimm mal die Fakate einfach. Fakate einfach. Ja, ich habe das Wach bestanden und jetzt kann ich mich auf die Abschlusspulverin zentrieren. Glückwunsch. Links an der Stelle ist die 4th Street. Ja, ich weiß, dass wir mitfahren ein bisschen außerhalb vom Fahrgast und warum auch immer. Ja gut, weil wir später, glaube ich, eingestiegen sind erst in die Runde. Ja gut, weil wir später, glaube ich, eingestiegen sind erst in die Runde. Ja gut, weil wir später, glaube ich, in meiner Tasche sind erst in die Runde. Na komm, fahr. Oh, alter. Gut, dann deilst du dich ein bisschen. Sehr nett von dir. Boah, jetzt hast du eine fiese Ecke hier. Ja, das weiß ich, dass das jetzt alle extrem beschissen ist. Warte mal. Oder? Die kann ja weiter ausgebaut werden, ne? Oh, da sind wir noch nicht mehr in der Dings drin. Boah, alter. Wie ist das? Das habe ich nämlich nicht gesehen. Das ist immer eine verkarte, einfach eine verkarte Küche. Wie ist das? Ja. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe es jetzt wieder um ihn blockiert. Hey, hey. ich möchte mehrere fahrgarten habe ich eine fahrgarte gekauft danke können fußball ich dachte ich habe schon wieder irgendwelche leute die jetzt hier meinen ja ich will die eine frage wo bist du vorbeigefahren ich habe alle mitgenommen ja ich bin da gibt es vielleicht auch nicht drin schon gleich aus damit du ich wollte gerade sagen macht mal da ein bisschen eurer ok ja ja hab ich schon gesehen die stufe umso besser kann sie ausgebaut umso besser kann sie eingebunden wenn die nächste rote so nächste halte stelle ist apple farm die apple farms work dann fahren wir so müssen wir so nochmal fahren weil ich brauche ja noch die fahr die fahrgäste die richtige war der fahrgäste und die muss ja ausgebaut werden und wir wollen sie ja nochmal fahren müssen sie ja nochmal fahren und ja wir haben schon bald wieder zweitag wir wollen sie nicht eine hohle nutz wir wollen sie nicht eine hohle nutz ich brauche eine fahrkarte danke und jetzt haben wir hier einen kleinen verkehrsstau ja ich weiß dass es die ist da vorne rechts irgendwo ich sehe sie eigentlich sogar schon aber wir kommen ich habe eine gewisse Zeit hier aber klar genau ja und Käse auch ja und den Müll natürlich tschüss boah alter so hinterhalte ich dir hier liebe leute und wir springen jetzt noch mal 333.000 haben wir schon wieder auf der hand what the fuck alter so rote wählen guck mal gerade wo die Stadt halt schon liefern ist da ist die reise da gemein bewusst habe ich das jetzt wirklich so gemacht haben wir die jetzt schon so weit wieder oh da sind schon einige leute ja ich weiß dass ich jetzt gerade bitte die Straße laufe ich guck mal so warte mal in Nevermind wozu wird researcher wir können ja schon wieder wir haben ja noch wir können die rote 15 weil der ist ja wieder geplant der bus ich brauche neue busse hallo moin was haben wir denn hier haben wir Kohle ohne Ende gerade Sigma oh was schönes 85.000? na die kann man uns nicht leisten gerade den kann man uns auch nicht leisten den kann man uns auch nicht leisten den kann man uns nicht leisten den kann man uns nicht leisten den kann man uns nicht leisten den Zitaro den Mercedes also nochmal als äh wir haben nur 50.000 ich will sich nochmal um die äh 50.000 rausballern immerhin was haben wir denn nicht für das nein brauchen wir nicht irgendwie accurate 500 noch was tausend ich würde ja gerne mal in Scania kommen aber in Scania haben wir noch nicht freigeschaltet das ist was im Leben da jetzt wir kriegen ich weiß ich stehe doch nicht drin ich stehe doch nicht drin was der äh wann der freigeschaltet wird wir haben uns den langen der war auch nicht die Kohle ne ich mache es mal Ich brauche immer mal freigeschalten aber ich komme ich komme wieder mit ich brauche wieder mit ich brauche wieder Lines City ja komm egal wir kaufen nochmal einen Gelenkbus komm wir haben hier wir haben hier Kohle ohne hey Ich fahre sie mich gerade extrem gerne und umso mehr Busse wir haben, umso besser ist es. Mit dem fahren wir jetzt noch mal die neue Route, den setzen wir dann nämlich auch da wieder ein. Erstmal müssen wir es kaufen, dann können wir nämlich... Oh, ich habe irgendwas bekommen, also 50 Dollar, 50 Dollar, äh, die haben wir. So, dann können wir Route wählen. Warte mal, wir müssen den Bus aufbauen, bis vor wir hier irgendwas machen. So, Buswechsel. Wir haben ja dreimal zusammen. Du willst noch... So, anfassen. Innenausstattung brauchen wir gerade nicht, äh, Werbung, oder? Ach, hier, Vollverklebung. So, was haben wir denn schönes? Den haben wir ja schon. Hier nehme ich die Game Tech. Hier nehme ich die Game Tech. Bus, der fährt jetzt auf der letzten, auf der neuen, ganz neuen Route. Ähm... Ja, haben wir jetzt. So. Route wählen, Route 15. Wir fahren sie. Hier. Und zwar mit dem hier. Ich will jetzt gerade nicht dorthin fahren. So. Schnellreise. Ja, bitte. So. Ich sag mal wieder nichts, dass ich... Ja, wir sind doch so Karten. Hier stehen voll die Leute und ich komm nicht hin. Oh man, ich wollte jetzt... Warte mal. Ahh... Gameplay-Busse. Allgemeine Einstellungen. ja erlauben ja hier das wollte ich mitnehmen so nehmen wir uns mit ich brauche den fahrerschnittskader ich wollte jetzt eigentlich die rote 1 fahren ich verarsche jetzt eigentlich gerade weniger ich würde ich was gute fahrer ja ich würde ja nicht kann ich nicht irgendwo hinspringen vollzeitbus und zwar den hier so ja ich habe eine rote mit der alten fälle jetzt gerade hier ich will eigentlich den bus hier macht euch direkt umbeliebt hierher komm her jetzt jetzt habe ich bitte nicht dass ich hier den fahrgast von leute vergessen hat die stadt schon länger da okay so was anscheinend mit hat es den ich habe ja gestattet ich habe nur ein bisschen früh geblinkt ich stelle doch mal nicht so an jetzt ist es ein bisschen früh geblinkt kommt mal ein limit da rein ich habe nichts machen kann kann jetzt eigentlich folge wie gesagt eigentlich müssten wir ja nur so weit sind wir mit der mission eigentlich 30 ich kann mich doch am sack halt ich will die schussroute neu fahren warte mal ich muss wieder mal neu fahren rote wählen rote 15 jetzt fahren schlafen auf dem fahrgast im bus und fassen das ist nämlich richtig ja ist ja den fahrgast keiner okay ich sag ich gar kein fahrgast im bus sind nur die zwei damen und die stehen wobei das glaube ich irgendwie eine von denen ist ja die naja eine von denen ist glaube ich die alte fahrgast so also noch mal wir fahren jetzt mal kurz rüber die leute abholen damit wir die mission klar gemacht bekommen ja die fehler ist noch und dann müssen wir noch ausbauen und dann haben wir es auch das waren wir in der nächsten folge er sagt mir gerade den blinker genutzt ohne während du gerade ausgefahren ist und dann sagt er mir du hast du richtig genutzt moin bin wieder da zwei rollstühle sehe ich das so schock's road site service schock's 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 road schock's road side Service Wollen wir auch immer keine Leute einschalten? Na dann, auf geht´s 14.30 Uhr Ach so, Sunshine Retreat muss ich haben Als nächstes, alles klar, ich muss auf 14 3 Sunshine Retreat, ja ja, ich hab die falsche Haltestelle die ganze Zeit im Kopf Liegt mal die Route, warte mal Genau, ich muss die Leute nach Sunshine Retreat fahren Also sprich auf die zweite Haltestelle Okay, gut zu wissen Ich war, warum, warum Ich war die ganze Zeit genervt, weil die Leute da die ganze Zeit stehen Die haben mir das jetzt auch geschenkt Alles gut Ziteln 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 Oh, mein Bauch. Ich habe meiner Katze gesagt, wie seltsame Leute aussehen, die behaupten, ihre Hunde würden sie verstehen. Link. Nur hin, bitte. Sunshine Retreat. günstig. Green, wir gehen, wir gehen jetzt an. Wir gehen jetzt erstmal an. Ich wette, Samsoff ist gut im Besuch. Hey, Corey. Ich wette, Samsoff ist gut im Besuch. Ich wette, Samsoff ist gut im Besuch. Ich wette, Samsoff ist gut im Besuch, oder? Ich wette, Samsoff ist gut im Besuch. Ich wette, Samsoff ist gut im Besuch. Ich wette, Samsoff ist gut im Besuch. Samsoff ist gut im Besuch. Ich wette, 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 Samsoff ist gut im Besuch.